hallo freunde jetzt bin ich auf militärgelände hier schon eine gute runde hinter mir man muss natürlich auch aufnehmen stellen sonst klappt das nicht so ganz na ja machen wir noch eine zweite runde freude hat man hier ich wollte mal heute aus der perspektive von den rad aufnehmen warum also an den autos sieht das immer ganz genial aus sie da die straßen entlang fahren und dass die kamera beziehungsweise an den rad aufgenommen ist das wollte ich hier auch jetzt mal ausprobieren machen wir mal das ganze dran ja und los geht's so und 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 Das war's. Die Kamera hat nicht zu viel Dreck abbekommen, doch hat sie einmal Dreck wegmachen. Die Kamera hat nicht zu viel Dreck abbekommen, aber sie hat nicht zu viel Dreck abbekommen. Die Kamera hat nicht zu viel Dreck abbekommen, sondern sie hat nicht zu viel Dreck abbekommen. Die Kamera hat nicht zu viel Dreck abbekommen, sondern sie hat auch canceled. ich steh mal die Kamera ein bisschen tiefer ich steh mal ein bisschen raus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020